Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Papa Oki und das ist... Dingsbums! Eigentlich wollten wir euch heute die HyperX Alloy Elite RGB vorstellen, aber die Tastatur haben wir gleich wieder zurückgeschickt. Dennoch werden wir euch zumindest die Tastatur kurz vorstellen und euch sagen, warum wir die Tastatur gleich wieder verkauft haben. Seid gespannt! Ja, eigentlich wollten wir euch heute einen Test der HyperX Alloy Elite RGB vorstellen, aber leider können wir das nicht machen, weil wir die Tastatur schon wieder zurückgeschickt haben. Aber der Reihe nach. Ja, und nachdem wir von der Charcoun Skiller SGK3 RGB, also dieser mechanischen Tastatur, so begeistert waren, die aber an unserem Office-Rechner hängt, haben wir uns gedacht, okay, für unseren Gaming-PC möchte ich auch so eine mechanische Tastatur. Da ich aber auch relativ viel schreibe, habe ich mir gedacht, ja, was nehme ich? Die blauen Switches sind für viel Schreiber, aber für Gaming nicht so geeignet. Die roten sind angeblich für Gaming super, aber für Schreiben nicht so toll. Gibt aber den Mittelweg die braunen Switches. Also haben wir uns für eine Tastatur mit braunen Switches entschieden. Natürlich mit RGB-Beleuchtung. Natürlich mit RGB und, wenn möglich, mit Lautstärkeregler. Denn beim Gaming ist es immer ein bisschen problematisch, die Lautstärke über die Tastenkombination zu verändern. Preislich hat man uns so um die 100 Euro vorgestellt. Bei 127 Euro sind wir dann endlich fündig geworden mit den Vorgaben, die wir hatten. Also praktisch braune Switches und Lautstärkeregler und RGB. Fündig geworden sind wir eben bei der HyperX Alloy Elite RGB. Denn die gibt es sowohl mit blauen, braunen oder roten Switches. Wie gesagt, wir haben die braunen Switches bestellt. Schon als wir das Paket erhalten haben und in den Händen hielt, haben wir festgestellt, boah, die ist ganz schön schwer. Die Tastatur hat auch 1600 Gramm. Das kommt daher, dass sie oben drüber eine Vollstahlabdeckung hat über dem Kunststoffkorpus, wo die Tasten eingebettet sind. Ungewöhnlich ist auch das Design mit dieser trennenden Linie. Das Teil sieht aus wie angesetzt. Das ist auch beleuchtet, immer passend zur restlichen Tastatur. Und in dieser sind Statusanzeigen, Multimediatasten und eben das Lautstärkerrad in Metall. Cool fanden wir auch, dass sowohl Ersatztasten, beziehungsweise Wechseltasten, als auch das Werkzeug mitgeliefert wurde. Die Tasten sind im Silberlook gehalten, wie Riffelblech, sind aber trotzdem nur Kunststoff, was man dann vor allem bei den hohen Temperaturen derzeit gemerkt hat. Man hat leicht schwitzige Finger auf den Tasten bekommen, im Gegensatz zu den schwarzen, die leicht satiniert sind. Da hat man das schwitzige Gefühl nicht gehabt. Cool auch die Handballenauflage. Die wird mit Magneten angeklickt. Die haben so eine hohe Zugkraft, dass sie jetzt auch bei wilden Gaming-Aktionen nicht weggehen würde. Und das Kabel ist wie bei den meisten gängigen Gaming-Tastaturen, 1,80 Meter lang und mit schwarzem Stoff ummantelt. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ja, ich hätte sie auch gerne mal in Aktion gesehen, aber beim ersten Einstecken kurz aufgeleuchtet und dann wasche ich den Schacht. Okay, das ist übel. Ja, total schaden. Denn nicht nur das Licht ging nicht mehr, sondern es ging gar nichts mehr. Keine Eingabe war nichts mehr möglich, die Tastatur war völlig tot. Aber zumindest hatte ich dann mal die Möglichkeit, so eine braune Tastatur mal ein bisschen zu testen, wie sie sich so anfühlt. Und ich muss sagen, eine braune Tastatur ist nicht mein Fall. Die braunen Tasten haben ja so einen kleinen Widerstand. Wer mehr über die verschiedenen Arten der Switches haben möchte, kann mal hier oben bei Hardware-Tes vorbeischauen. Der hat hier ein Video gemacht, wo alle Switches ausführlich vorgestellt wurden. Wie gesagt, die Tastatur hat braune Switches. Die haben so einen leicht schleifenden Widerstand. Irgendwie wie wenn noch Chips-Grümel in der Tastatur hängen würden. Also ist einfach nicht mein Fall. Und gar kein Vergleich zu den smoothen Eingaben der roten Switches. Also haben wir die Tastatur wieder eingepackt, zurückgeschickt und die Gutschrift beantragt. Denn wir wollten dann auch kein Modell mit roten Switches von HyperX. Wir haben uns dann lieber für ein anderes Modell von einer Berliner Vertriebsfirma entschieden. Und zwar von Lioncast, die LK300 RGB. Aber dafür machen wir ein extra Video. Habt ihr Erfahrungen mit der HyperX Alloy Elite RGB? Dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Und es ist natürlich nicht verboten, den Kanal zu abonnieren. Bis bald! Bis bald!